um den jährigen zu der römischen geschichte hat ihren alexander kommen es war schon klar dass er unreichbarer folge der allertigter werden würde mit kleinen geschlechten blieb nur seine taten zu beschreiben das sollte meinen geplanten begriffe tun der unterlagen dafür hatte ich jetzt seit drei zwölf verteilen 300 familien unter sich alle höhne ämter inner und als herkomm der senat war der börse dort halten sich auswerfen ihn auf senat band wer auf dem richterstuhl war auf dem schlacht ross und werden auf dem land gut sitzen sollten das war ein grund besitzer behandeln die übrigen römischen bürger als ihr gesinde und ihr gesinde als gesinde die kaufleute behandeln sich als die bunte von der europa als feinde einer von war der alte kathom ein urgroßvater unser kathol der zu meiner cäsars seit zeit früher führer der senatpartei war er prißt die gesetzgebung des zweiten jahrhunderts wo man denn die 20 der der geldsoffizienz auslief aber viermal so viel zurückzahlen ließ als er genommen hatte noch eine generation für den meinigen macht machten sie ein gesetz nachdem ein senat nicht handel treiben dürfte wie bei uns nicht der handel und verschiedene firma handel hatten soll hat soll bei uns auch so das gesetz kam zu spät durch so von umgangen dass man kann mit gesetzen alles nicht nur handel aufhalten das gesetz wird sogar zum ausbau der handelsgesellschaften bei uns auch staatsmann sollte nicht der handelfirma haben jeder von 50 teilhabern ein 50 stelle eines schiffes besitzt so dass er 50 schiffe kontrollieren kann statt ein einziger aber sie stehen wo ich jedenfalls ein bitern sehen diese herren ging sie waren ausgezeichnete feldherren und durchaus fähig provinz zu erobern sie wissen nur nicht was dann damit anfangen aber als unser handel aus der kinderschuhen heraus wussten wir anfing im großen umfang wolf wolle feine auszuführen getreide den felsantragen zu führen und besonders viel geld ausführen wollten um es in den provinzen arbeiten zu lassen dann die herren ihre ganz unkürliche umfälligkeit mit der zeit zu gehen und die junge city stellte fest dass sie in einer vernünftigen führung fällt sie verstehen wie wir für schon keinerlei verlangen uns selber auf schlachtrotze zu setzen und unserer zeit die geld war auf schimmigen beamten sesseln zu verschwinden die herren können ruhig bleiben dass sie waren was waren unter einer soliden führung der schütze sie werden begreifen was ich meine wenn sie als beispiel den kundischen krieg nehmen wir haben ihn aus dem besten guten geführt denn es gibt nämlich auch und die afrikanische konkurrenz niederzukämpfe aber was wird daraus der militärs namen karthago nicht seine prägenzäule sondern seine mauern und kriegsschiffe weg und heute nicht das horn und man fühlt den klug und der feldherren sagten stolz wo man legion nicht in trädten wächst kein gras mehr aber worauf wird aus waren war das war eben dieses kras die sind auch sein diese kras und wir brauchen was im pünnischen krieg mit immensen kosten erobert war war das waren wissen diese gebiete hätten gut umgehen unsere ganze halbunze ernähren können aber für den triunfzug in rom nahm man ihnen alles weg was sie brauchten um für uns arbeiten zu können von den acker geräten bis zu den ackersklaven nach solch erobern kam eine ähnliche verwaltung in die stadt halter geschrieben die ziffer nur in ihre eigenen haushaltungsbücher man weiß dass kein kleines soviel tatschen enthält als der feldherrenrohr aber die gleiche stadt halter bestanden überhaupt nur aus taschen die herren schleppten wenn sie wieder heimatboden betraten nachmittag nicht weniger als wenn sie in kriegspanz bekommen bekommen werden carnelius da labelle und publis antonius die gestalten gegen die der jüngste antrat hatten halt makedonien auf ihre schiffe laden die weise könnte man natürlich nicht auf die beine stellen weil sie schwierig handeln konnte nach jedem krieg gab es in rom konkurse und zahlungseinstellungen jedes sieg des herres war eine niederlage der südchen die triunfe der feldherren waren das volk das wege schreit dass ich nach der schlag von zama die den kundischen krieg beendet erhob war zweisprachig es war das wege der kundischen und der römischen banken jetzt nach dem nicht kommen das sind war durch das alles war statt gespräch in rom man schweizen ein barbier budden von der südlichen verfall hat man schwarz sogar im senat selber von der notwendigkeit eine durchgreifende mutterliche geburt kathol der jüngste sah schwarz für die zukunft der 300 familien er beschloss etwas für ihren guten ruf zu tun und erschien als stadt halter von sardinien in dem im untergebenen städten zu fuß und von einem einzigen diner den er begleitet welcher ihm den rock und die opfer schale nachdruck und als er von seiner spanischen stadthalterschaft heimkehrte verkaufte er vorher sein schlag trost weil er sich nicht befügt hielt die transferkosten deselten dem stadt in rechnung zu bringen leder geriet sein schiff in einen sturm erlitt schiffbruch und verlor seine rechnungsbücher und die amt dann bis ein sein leben sind dass er niemandem weisen konnte wie anständig er sein geschäft geführt hatte also dass sein verhalten unglaublich war die süd sich hielt nicht von mit gutem beispiel vorangehen sie waren sich klar darüber dass wenn man müsste die bank bezahlen werden verrichteten ihr an nämlich er habe halber für arbeit geld zu nehmen erschien ihnen schimpflich bei so wenn dann blieb ihnen natürlich nicht übrig als zu stellen und sie stellen von den tributen von den straßen bauten und wasserhausen stadt in die wasserleitungen es war wie gesagt nicht unvernünftig sie setzte sich mit den kauflöden mit den röberten politikern ins benehmen und ermunterte sie prozesse anzustrengen es gab also prozess selbst die große trompette der city führte einige im auftrag sizilienischen firmen aber unser herrn von sind angewandt sich mit der zeit an der präsenten wenn man sich angewandt man sieht ein mantel an sie stellen sofort nicht mehr bei einigen finden sind bei vielen einiges und wenn doch prozess drohten stellen sie alles zum prozess führen ist geld nötig also stellen sie den die sie aus plünderten auch noch die eventuellen prozesskosten dann fingen ein paar reiche demokalische klubs in rom an die prozess gegen den senatorischen robert zu finanzieren das heißt gegen ihn verschämsten von ihnen diejenigen die sogar römische kaufleute in der provinz an der führung ihrer geschäfte behinderten diese prozess diskutieren immerhin ein wenig und was vielleicht vielleicht noch wichtig war die jungen anwälte könnten sich in die materie einarbeiten denn hier handelt sich nicht nur darum ein paar wiese geräten zu halten der anwalt hat zeugen aufzustellen ein ein zu üben und er hat die jungen geschickt verteilen so dass er gericht aber zu gut geölt war wir begannen sogar aus den senatoren schwammelte auf keine andere weise können sie die freis maschine besser studieren manchmal bestochen haben um sich selbst ordentlich bestechen lassen zu können zählen bei der prozesse einige meinen die weil er zu untüchtig ich meine weil er zu durch die fahrer auf das letzte redet dass er danach verreisen musste und wie er sich mit dem reinbild selbst ausdrückte einer gegen ihn erregt im gefäßigen stimmung aus dem weg zu gehen er fuhr nach rhodos angeblich um sich in der redekunst zu verfolgt kommen da diese motivierung einer etwas beschleunigt denn am reise für einen jungen erwalt nicht nur um voll klingt muss man annehmen dass er noch andere motive für die reise gab die noch weniger rum voll gekommen hätten es ist nicht dass man als anwalt unter umständen mehr verdienen kann wenn man ein prozess verliert als wenn man ihn gewinnt aber wollte man sollte das nicht zum gleich mit den allerersten prozess machen die man bekommt es war eine schwäche des jungen mannes dass er nicht halt machte wahrscheinlich wollte er vor allem anfang an ein richtiger anwalt sein mit der kriegsführung machte er später genauso er brauche immer geld er hat es auch einmal mit sklavenhandel versucht sagte dem der all dem weitergehen sie haben wohl gehört von der schmieders röber ich begriff dass er wieder von sehr sprach und nicht erstaunt da kostet einen deutschen schulbücher waren sie bereit zu wiederholen was sie davon wissen fragte ich bin bereit sagt ich wiederholt was ich davon wusste ich gab meine stimme ein wenig vor dem tonfall in dem ich gelernt von meinem griechischen lehrer auch zu sagen klären die die so berühmte anekdota zitierte der junge cesar wurde in der insel permacusa von piraten gefangen gesetzt die hinterhin beträgliche flotten bedeckten das meer mit einer großen menge von fahrzeugen anfänglich verhörte er die piraten weil sie nicht mehr als 20 gelöse geld forderten wissen sie nicht wenn sie gefangen hatten er bot sie freiwillig in 50 zu bezahlen und so verschickte er einen begleitet in verschiedene städte das gilt auch zu bringen mit einem seinem arzt seinem koch und zwei kamerchen blieb er gelassen bei der nur mordgierigen kleinen asiaten zurück er behandelte sie weiter so verächtlich dass er ihnen so oft er sich schlafen legte befalle ruhe zu halten 38 tage verlebt er feiner art dass die schiffsbesatzung er seine leibwache zu sein schien als er ihn gefangen und ohne die geringste fürst trieb er mit ihnen scherz und spiel bisweilen sass er so gegen griechische und reden als und las sie ihnen vor die sie nicht bewundern hatte er dunkel von barbaren droht ihn auch auf der unterlachen dass er sie noch aufhängen lassen wolle die braten amüsieren sich sehr über ihnen anahmen an seine freien reden als charmante späße aber sobald das löschen aus millet eintroffen er in freiheit gesetzt war bemannte er im hafen von millet einige fahrzeuge mit wachendem blieb gegen den geraten auf er fand sie auch noch in den sitzen von anker liegen und bekam die meisten seine gewalt ihre reichtümer betrachtet er als eine rechtmäßige beute sie selbst aber lieferte er in das gefängnis von pergamus und begab sich dann zu junius dem staathalter von asien beim ihm die bestrafung seiner gefangenen zu erwirken der dieser aber ganz augenmerk auf das den piranha abgenommen richtete welches freilich eine ansehnliche summe ausmacht und daher den bestimmte antwort gab er hätte man nicht die zeit sich um die gefangenen zu kümmern ging es ohne sich weiter anzukehren nach bergab zurück und wird gerade sämtlich auf seine macht vollkommen aus kreuz schlagen wir sind auf der inso oft scherzhaft vorausgesagt hatte der alte hatte fast dabei jeden satz genickt weitergehen sagt so sie fast alles in seinem leben jetzt schon aus ich werde ihnen sagen was es war es war sklavenhandel das kleine geschäft fällt in die zeit wurde das begräbnis seiner ersten frau und seine tante zu einer demonstration für die demokratie aus nutz und mittelbaren prozesse gegen übergriffe der senatoren und den provinzen anstrengend hatte es handelt sich um eine fahrt nach rhodos wo er bei einem griechen das lernen wollte unser junger anwalt liebte es mehr gegen zugleich zu tun und wer wenn er brauchte geld er nahm seine schiffslagen zwar mit wenn ich mich erinnere gelernte gallische leder arbeiten die man dort unten mit gewinn abschlossen könnte es war natürlich muggeln die großen kleinen asiatischen klar und herren hatten alle verträge mit unseren heften sowohl als mit griechischen und syrischen die in das monopole auf die sklaven transporte in beiden richtungen geschichten der sklavenhandel war ja ein gut organisierter mit vielen auf römischem kapital versehenen geschäftszweig auf den sklavenmarkt in delos wird mitunter an einem einzigen tag bis zu 10.000 stück verkauft wir verbinden der sklavenhändler mit der händler der hauptsache war eng und wohlgeordnet erst spät als die city einen eigenen klang hand auf die beine stellt kam es zu reibbereien mit dem kleinen asiatischen export trost unsere zöltechter veranstalten unter dem schuss der römischen natteler in tiefsten frieden regelrechte sklavenjagden in den kleinen asiatischen provinzen die klinischen und syrischen firmen wehrten sich so gut sie konnten gegen die konkurrenz die sie als unfair betrachten sie kamen der sklavenmonopol führte bald zu einem ganz schönen seekrieg hüben und rüben würden transportschiffe gekappert und sklavenladungen beschlagnahmt die römischen firmen schimpfen die kleinen seitschen die kleinen seitschen die römischen piraten sie führte im winter wo man die stürme wegen von den kleinen seitschen gab per schiffen sicher war sie fingen aber doch ab man nahm ihm eine wartung weg und setzte ihn in gewahrsam man ließ ihm ein sein als seine kümmerdiener und sie sogar gedichte an die guten kleinen asiatischen ließen sich auch diese vitalität gefallen und blieben höflich er sollte nur die schadenersatzsumme bezahlen die nach der größe der geschmuggelten ladung berechnet würde es war 20 talente das weitere was ich ihnen habe ich vor dem protokoll pro konsul junius ein besuchte angehen weil er ein größter entstand sie waren sich zunächst durch beuten an die kleinen seitschen städte um das geld er verbarg dass er sich um einen schadenersatz für klaren handelte und behaupte es sei von piraten er prässt das los geld und erforderte nicht 20 und 50 sie würden angebracht er zahlen sie niemals zurück freigelassen reiste er nach millet mannte ein paar schiffe mit fechter sklaven und nahm die kleinen seiten das los geld sowie kain seine sklaven ladung wieder ab sklaven ladung wieder ab außerdem verschleppte er nicht nur die mannschaft des künstlers schiffe sondern auch einige sklaven hände die es ausgeschickt hatten sowie alle sklaven vorredete er bei ihnen vorfand nach pergamos von junius darüber zur rede gestellt verlangte er dass die kleine seiten und sonderseiten behalten behalten als junius in das verweigerte und sich allzu eindringlich nach den näherten umständen des falles erkündigte reiste er bei nacht und nebel nach pergamos ab und ließ die kleine seiten mit gefälschten ordres ans kreuz hängen damit sie nicht gegen ihn aussagen könnten sie dürfen nicht aus dem auge verlieren dass sich hier kauf leute aufhängen ließ es war damals noch nicht so dass man die kleine seiten firmen auf zehn praten nennen könnte sie heißen sie jetzt so in den geschichtsbüchern da sie von uns geschrieben sind konnten wir natürlich eine anschauung der dinge zu gelten bringen schon damals war aber in rom mit einem haufen geld eine moralische kampagne gegen die kleinen seiten gestartet worden man bekam sie verschafften sich ihre ware auf unrechtmäßige weise jemanden so weit soweit dass man in menschliche behandlung der ware vorwarf dabei ist klar dass die ware die von den stadt haltern in feldzügen erbeutet würde erbeutet würden viel mehr auf dem transportglied dem militär war es gleichgültig wie viel stück ankamen die die handler dagegen für uns mit dem mann gilt und sorgten daher für sanitäre verfachtung verfrachtung aber das jahr nach dem kleinen vorfall vor dem wir sprechen erreichten es die römischen firmen das ihre sagt zu sagt roms sei gemacht wurde sie haften der stimmung auf dem form etwas nach indem sie gelegentlich eine römische getreide schiffe durch irgendwelche griechischen freibäuter kappern ließen dann erst könnten sie nach staatshilfe schreien und die anwenden des beratengesetzes verlangen die römischen kriegsflotte bekam die city aber für ihren konkurrenz kampf mit den kleinen asiaten nicht ohne kämpfe auch dabei spielt übrigens sehr eine rolle wenn auch eine bescheiden ja ich verstand band sie wollen fragen was warum von c es war verfault solche atmosphäre war solche stimmungen war es war menschen handel sklaven handel welcher spielte cese in der römischen geschichte eine große rolle spielte cese wem gehört die machte in rom die macht in rom gehörte dem patrizien und kato dürfen sie die natoren handel treiben nein die natoren dürfen kann mich treiben gegen wenn für der röm den pünischen krieg rom führt den pünischen krieg gegen barbaren gegen griechen gegen griechen gegen mich wir enden die beiden ersten prozesse als anwalt auftrat er verlor alle prozesse er siegte nicht wie viele tage verbrachte es bei den seeröbern ein monat ein monat bei den piraten verbrachte er 38 tage verlebt er auf eine art wie viel losgeld fördern sie 20 talente wie viel geld bezahlt 40 50 talente er wollte diese geld zurücknehmen was machte nach seiner befreiung er bewaffnete ein schiff mit dem bewaffneten menschen und robert attackierte piraten und er könnte ihnen bei wiesel und namen geld zurück 50 talente was machte nach sein was geschehen der in wirklichkeit in wirklichkeit waren sie nicht piraten aber händler und er wollte einfach seine macht zeigen und er war sehr schlau er war sehr schlau sehr vernünft warum sollten die sklavenhändler für menschliche behandlung der waren es haben sie schon mal schlechte bedingungen im schiff zum beispiel viel mehr auf dem transport die menschen litten im transport es war anti sanitarie und so weiter mein jungen 19 40 mein ingersohn fragt mich soll ich mit ihnen lernen wozu möchte ich sagen dass zwei stück brotmärisch das seines was wir so auch so merken mein ingersohn fragt mich soll ich französisch lernen wozu braucht möchte ich sagen dies reich geht unter und treibe du mit der hand den bauch und stöne und man wird dies schon verstehen mein ingersohn fragt mich soll ich geschichte lernen wozu möchte ich sagen lerne du dein kopf in die erde stecken da du wirst da wirst du vielleicht übrig bleiben ja ich lerne matematik sagte ich lerne französisch langgeschichte hollywood jeden morgen mein brot zu verdienen gehe ich auf den markt wo lügen gekauft werden hoffnungsvoll reihe ich mich ein zwischen die verkäufer keller man es war alles bei nachtriebs literatur bertholbrecht caesar es war teaterstub so erzählen das ist ein neues szenario dankeschön bis zum nächsten mal wiederhören hier am her her